Ja, nice. Sieht nicht so viel von der Seite, bro. Oh, ja, solides Setup. Ich bin 13 Jahre alt und bin sehr dankbar, dass meine Eltern mir das ermöglichen. Oder wenn du 13 Jahre alt bist und so ein Setup hast, geisteskrank. Egal, dann... Besseres Setup als ich. Hä? Digga! Setup ohne Setup. Stabil, Digga! Also ich glaube, bis jetzt am krassesten. Ich habe Essen bekommen. Mit extra Fleisch. Bußabstürze, alter Schrank mit Kissen. Maschallah. Das ignorieren wir. Bro. Hier siehst du mein High-End-Gaming-PC. Eingestaubt wie sonst was, Digga. Bußabstürze, alter Schrank mit Kissen. Maschallah. Das ignorieren wir. Bro! Wie schwarz ist deine Bon? Hol dir eine neue. Alter, du verdammter Cracky. Was ignorieren wir noch? Hier mein, meine. Das ignorieren wir. Digga! Kocht er da Crack oder so? Ja. Und was ist das? CD-Player von 1999? Digga, also Bro. Das ist das Respektlose, was ich je gesehen habe. Seit lang. Das ignorieren wir. Hier mein, meine. Und Bildschirm. Da. Alter. Der Mann hat wirklich ernsthafte Probleme, Digga. Der Holländer. Mit Drachenlord Profilbild. Ich kann das nicht mehr, Digga. Ich kann das nicht mehr. Lass mich mal probieren, Chat. Okay. Was ist das? Stecker. Ja. Solide. Solides Ding. Kann man machen. Also dein Hintergrund ist respektlos. Aber. Sonst geil. In deinem PC eine Figur drin. Das ist auch crazy. Digga, warum ist da eine Socke? Ja. Ich hatte das damals auch. Da stand die ganze Zeit bei mir. Windows aktivieren. Da stand die ganze Zeit. Bro. Irgendwann mal habe ich so ein WinRar-Tool gefunden. Womit das weg geht. Gib mal einen auf YouTube. Aber sehr geil. Digga. Also du hast ein ernsthaftes Cola-Problem erstmal. Zweitens. Wie wenig Platz ist hier? Digga. Er hat auf seinem Schuhkarton seine Sachen gestapelt. Sein Monitor ist so richtig. Digga. Wide-Modus. Also wirklich. Langsam bin ich aggressiv. Erstmal ein Bier, Alter. Erstmal ein Bier und dann Rohr-Stream-Gun. Chat, glaubt ihr, mir schauen viele Kiffer? Jetzt mal Real Talk. Glaubt ihr, ich habe die meisten Buffer in der Community? Auf komplett Twitch? 100%. Das ist nur eine Nerf-Waffel-Chat. Entspannt euch. Get on my level, Mauspad, Digga. Mit Schulsachen. Clean. Clean. Sehr clean. Super. 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 Digga. Bist du in der Schule? Mit dem Setup Mathe-Zap geschrieben. Digga. Also, es ist eine reine Respektlosigkeit hier, ne? Bro. Digga, dieses Dextro-Energy ist auch der größte Cap aller Zeiten. Die Leute denken, die kaufen sich Dextro-Energy und machen aus einer 5 eine 2. Oha, stabil. Stabil. Stabiler Fortnite-Zocker. Was ist das? Boah, das ist eine sehr geile Ecke. Das ist eine sehr, sehr geile Ecke. Wirklich. Das ist auch eine sehr, ich hätte ein bisschen zu wenig Platz, muss ich ehrlicherweise sagen. Von hier bis hier, aber sonst sehr geil. Warzone ist mutig. Yo. Der ist auch krank. Der ist auch krank. Oder Chat, was sagt ihr? Okay. Okay. Auch stark. Sehr stark. Oh, das ist ein Gym-Gänger. Das ist ein Gym-Gänger. Das sieht man direkt. Allein am diesem Ding hier. Und wegen den Sachen da rechts natürlich. Aber das ist ein richtiger Gym-Gänger. Das sieht man. Tschüss. Digga, der ein fucking Stuhl hat LED? Digga, warum sind meine Zuschauer so rich eigentlich? Jetzt mal Re-Talk. Ja man, Monitorhalterung für zwei Monitore hat nur ein Monitor. Aber fühle ich. Super. Super. Was haben wir hier? Tschüss. Was sind das für Sneaker? Oh. Digga mit... Digga. Einfach Tom Supreme. Tom Supreme hat sein Setup reingeschickt. Super. Mit diesem Cactus Jack Logo. Super. Bisschen zu viel Supreme, aber sonst super. Super. Mit Vita-Welt. Eine Pulle Vita-Welt. Super. Oh. Das ist stark. Das ist sehr krank. Chat. Das ist sehr krank. Sehr stark. Auch natürlich Vita-Welt oben mit dabei. Wie auch sonst. Aber ich sage euch auf jeden Fall Super Super Super, super, super Einfach gut, clean Achso, das hatten wir doch schon Super Super Chat Sehr gut Fortnite Season 2 Da wäre mir zum Beispiel Zu wenig Beinfreiheit, Chat Was sagt ihr, Chat? Da wäre mir ein bisschen zu wenig Beinfreiheit Was sagt ihr? Super Super Get on my level PC, Digga Das ist auch geisteskrank Digga Was ist denn das? Junge, junge, junge Wenn ich euch Tipps geben darf Kauft eure PCs Bei sowas wie Agando zum Beispiel Oder Sucht irgendeinen PC-Free-Kollegen Der euch ein PC zusammenstellt Und vertraut mir Das ist viel, viel besser Wirklich Ihr spart so viel Geld Bei so PCs und sowas Aber da habt ihr auch einen Support Also müsst ihr abwiegen, was ihr wollt Super Digga hat denn Akatsuki Dings Super Super Chat, oder? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Oh stark Super Super Chat Drei Monitore sowieso OP Digga Das sieht aus wie bei Monte Digga, das sieht mehr aus wie Monte als Monte selbst Achso, das ist sein altes Oh Gott Super Schönes Ding Oh Digga, der Also einer ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Star Wars Fan Wie man da links sieht Super Super Chat Super Super Sehr super Sehr gut Es gut oder Chat Was sagt ihr? Alter Digga Also das ist wieder respektlos Dass du dir Burger bestellt hast Und das dann auch noch auf deinem Setup liegt Ist eine reine Respektlosigkeit Und das sag ich Und das sage ich, Chat Und das sage ich Das hat schon was zu heißen Alter Schwede Super Super Braucht man nicht mehr Chat Green Super Oder Chat Mehr braucht man nicht oder? Mehr braucht man nicht Sehr gut Auch clean Alles was man braucht Tabletten da hinten Sehr schön Oha Oha Ey Digga Chat jetzt Real Talk Soll ich mir auch so ne So ne Beinlehne kaufen? Sagt ihr Sagt ihr Das ist geil? Hat jemand Hat jemand einen Link Für ne gute Beinlehne Die ich mir kaufen kann? Benutzt dein PC Dafür? Näh Krise Oder ich suche mir Einfach später Oh Der die du bist gewandt So ein Nutten Alter So schlecht Ja gut Dass man so viel Digga hat einfach eine Pfeife Auf seinem Setup drauf Darf nicht fehlen Digga Holisch Holy Moly Junge Alter Alter Holy Moly Digga Das sieht schon sehr krank aus Das sieht schon sehr krank aus Digga Was ist das da hinten? Ist das noch ein Monitor? Ah das ist so iPad mäßig Das ist krank Das sieht wirklich krank aus Krank Ja super Super Alles was man braucht Super Nice Sehr geiles Dings Sehr geiles Setup Super Super Nicht das feinste Vom feinsten Aber trotzdem Nice Super Ich würde vielleicht noch Äh Irgendwie hier Ähm Weiß ich nicht was Eine Tapete aufhängen Oder so Aber sonst gut bro Eine Tapete wäre nicht schlecht Aber sonst gut Super Super Chat Super Sehr gut Super Auch gut Chat Ich frage mich Wenn man jetzt so einen Monitor hat Ey so ein Fernseher über seinen Über seinen Dings Ist das nicht voll Stress? Kann man da überhaupt so hingucken? So ein Fernseher über seinen Monitoren Guckt man da überhaupt hin? Und das finde ich das falsche Ehrgeiz Ein Monitor in der Mitte Ein Oben Ein Links Das ist doch voll Scheiße Oder Chat? Was sagt ihr? Super Alles was man braucht Gleich Kopfhörer holen Digga Was? Junge Digga Was hat der Hä? Digga Das sieht aus wie NASA Büro Oder so Dorian Trust me Wir machen so Wir nehmen das beste Setup von ein Such dir aus Was zum Bild am besten passt Und schreiben Meine Zuschauer haben die krassesten Setups Oder so Und dann dieses Apo-R-ID-Bild Oder sowas Trust Das kommt gut Sehr crazy Was sagt ihr dazu Chat? Super oder? Bisschen zu viele Sticker Sonst super Ja Chat Wir kriegen es jetzt nicht hin leider Uns alle anzugucken Das ist auch nochmal geisteskrank Das ist auch wirklich crazy Solche Setups Leider schaffe ich es nicht alle anzugucken Weil es über 200 jetzt noch sind Meine lieben Freunde Ähm Was soll ich euch sagen? Wir können beim nächsten Mal auf jeden Fall Äh Noch mal reingucken Beim nächsten Mal gucken wir safe nochmal rein Oder Ey Was noch ein guter Call ist Dorea Einfach so ein Bild von Google nehmen Welches Und irgendein Setup rein Welches nicht mal drin war Für den kompletten Apo-R-ID-Bild Super Super Ey Chat Super Ey Chat Und zwar Haben wir Eine Sache Und zwar Habe ich was zugeschickt bekommen Und zwar Ich bin Fui Kein Ja Ich weiß Ich weiß Ich weiß Gibt es Eine AI Version Von mir Von Pasha Nimm Auf Airwaves Und von Thilo Auch Hier Chat In die Mund Darum könnte ich mich gewöhnen Das ist crazy Digga Hm Nein Ja Mach ich gleich Hä Ja Wirklich Alter Chat Was sagt ihr zu Dings Was sagt ihr zu Thilo War nicht immer so War cool Das klingt gut eigentlich Chat Was soll ich euch sagen Ich werde mich jetzt verabschieden Meine lieben Freunde Ich bin Wirklich Ich bin so körperlich Irgendwie auch am Arsch Ich werde jetzt Nach Hamburg fahren Ich werde jetzt nach Heavy Spontan Ja ich habe Ich habe aber schon Am Anfang vom Stream gesagt Dass das nicht so ein langer Stream wird Weil Wegen Wegen Dings Wegen 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 Malle Kalle Weil wir die Song aufnehmen wollen Äh Ich bedanke mich für den Stream Geht auf jeden Fall rüber zu meinem Bruder Breiten von Berg Der ist am Start Ähm Yes Viel Spaß bei dem Bro Ich danke euch für den Stream Ich danke jeden Einzelnen der am Start war Und äh Wir sehen uns Chat Tschau Kakao Und tschö Mit Ö Meine lieben Freunde Alter Wir sehen und hören uns morgen wahrscheinlich dann Tem tag Nicht Englisch Nein Nun lets Äh Tub 寸 Die